Guten Tag, guten Tag, und zwar heute spielen wir GTA einfach mal aufs Langeweile. Und zwar sagen wir mal, wir machen eine Challenge, wir tun jetzt in jedem Laden, den es hier gibt, aus... Ich habe ihm nichts getan, ich habe ihm nichts getan, mein Gott, ne, 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 ne. Ich weiß nicht, welche Taste für Mittelfinger ist, ich habe einfach nur die Taste gedrückt. Ja, und deswegen keine Hobbys im Raum, jetzt hat man einen Laden aus, immer abwechselnd. 20 Läden, Freunde. 20 Läden, also da haben wir wirklich was vorgenommen. Computer sagt nein. Und dann werden wir erstmal sehen, du kannst ja die Läden jetzt markieren erstmal, wir tun hier da abwechselnd alles halt machen. Welch? Ich hake hier oben an, ich habe schon einen Haken drin, ist irgendwie hier zum Ausdruck, weil ich gar nicht mehr anpassen würde. Ich bin mal gespannt, ich würde danach gerne mal, nach dem Video zum Vorher-Nachher-Bild von dem Auto einfügen. Wie das aussieht aktuell, ein bisschen nach aussieht. Denn ihr wisst ja, man muss ja das vorhin einfach nicht, wenn man das behindert fährt, wie gerade eben dann. Und das außer nicht wie lange überleben kann. Danach kann man nur noch ein Lenkrad halten, wie man das in dem Film kennt. Wir fahren halt in den Laden ran, perfekt. Ich geh rein. Ich geh rein. Gib mir mein, dein ganzes Geld. Mein, dein ganzes Geld. Tut mir zwar leid, aber gib mir dein ganzes Geld. Nee, du ballerst jetzt auf mich, ich baller den Lenkrad. Das sind alles Zeugen. Wo bist du? Ach ja, Gott. Let's go. Fahr. Jetzt muss... Ah, ich habe zwei Sterne auch. Ach, da hast du einen Dune vor. Die kommen hier hinter halt. Ach, Gott. Okay. Ey, darf man hier nicht mal in so einer Gastflussgastgang betätigen, oder was? Ich habe dir markiert, wenn es ist, oder? Naja. Die Karre sieht jetzt schon scheiße aus. Fahr durch. Es gibt keinen Ort. Jetzt ist es weg. Aber warte noch kurz. Nee, jetzt stehen sie da und geht gleich wieder an. Na, ich glaube, jetzt könntest du einfach durchbreddern, so. Und wenn, dann habe ich bis Tolländer. Dann... Ja. Dann haben wir wieder massenhaft Sterne. Okay, ich seh doch gerade kehren. Alter, wie scheiße kann man fahren? Das ist genau so. Nö, weg. Nö, wie schnell die auch wieder weg sind, oder? Fall aufgehört. Nö, jetzt geht's weiter. Davor waren sie nicht schnell weg. Davor standen sie immer da. Ja, das haut, das sieht jetzt schon aus wie, genau. Ich freue mich, wenn man 20 lehnt, das ist heute mal der zweite, Alter. Geh ins Casino. Ich werde echt bereinigt, dass es mir dann die Aufnahme geben wird, Alter. Wow, bremsen! Jetzt haben wir nur rückwärtsfahrten, da hinten. Da ist es doch. Eigentlich ist da hinten, ja. Ich dachte wirklich, ich werde zu viel Whisky getrunken, oder so, ey. Ja, wirklich. Diesen Shot, der hat sich da immer noch ein bisschen unter Kontrolle. Ach so, ist die Tumestelle. Oh, können wir die Tumestelle anziehen, bitte. Ach, das ist der, der hat sich auch gewährt. Du robbst aus und ich zu die Tumestelle anziehen, ja. Was, wieso, hä? Oh, da kurz ist schon mein ganzes Geld noch verstanden. Oh, 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 oh. Jetzt sind wir uns heute noch. Hahaha, komm schnell, fahr los. Warte, 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 warte. Es ist noch los, Jan trifft da an, die Pulpeltüte aus. Ja. Okay, wird das Tor weg, hier. Alter, am Arsch, haben wir uns heute noch hoch. Alter, wir können Frontal da rein, ey. Ich hab' mir gerade ausgeguckt. Ich hab' mir gerade ausgeguckt. Ja, was macht er für eine Kerne, wenn denn da, Alter. Scheiße, ich kann's sagen. Oh, hier ist gleich der nächste Lahn. Das ist echt die Bünderste. Das ist ein Fahrer in der KDH. Oh, ne. Bis der nächste Lahn. Ich hab' nicht Bowling gespielt. Äh, ja, sorry. Der, fahr mal die Berge. Nee, das ist schlechter. Nee, das ist aber gut. Ist das schlecht, oder was ist das? Ich fahr hier heut lang. Kommt die oben, ey. Ich hab' hier stehen jetzt, ne? Ganz so, Leute. Dort, fahr' doch, was ihr erwartet habt. Ich blöcke gleich wieder zurück, weil da war ja die andere. Geil. Oh, wir haben's. Äh! Jetzt gehst du mal aus, Rauch. So. Spaß, Alter. Let's go, geh rein. Ich steh' mich bloß hin, damit er schneller reingeht. Kollege! Ja, geht rein, Junge. Es gibt nur noch Gewalt, Alter. Alter, mach hinab, ich dir gesagt, du verdammter Uh! Jetzt hat sich zu gehalten, Junge. Ich seh' mich geil verreckt. Rechts, wos. Lecker, sag' ich. Oh, geil. Hallo, hallo, hallo. Oh, geil, Junge. Drei Sterne ohne Abkaufrecht. Nein, ach, nur weg. Küsse. Hau, fang, komm, komm. Hau, fang, komm, 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 komm. Ja, drei, hab' noch schon, komm, komm. Ja, das geht, das ist ein Kumpelkash. Und ich umfahne, ja, perfekt. Dann muss ich wieder hinbeleidig. Ja! Komm, mal. Schlittfahne, ey. Moin! Was geht, Kollegen? Ja, vor allem, bitte. Nein! Da ist im Haul! Oh, okay! Junge! Komm, rollte, 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 rollte! Ja, schieb' mich bitte! O-o-o-o-o-o-o-o! Wenn ich schießen so, darf ich scheißen? Nein, nein. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Und jetzt? Nö, der ist mit dem Haul. Nee, ich kann mich umgeben, bitte. Ich hab' einfach nur Gas mit mir, und einfach die Lenkung nur dem Auto mal. Ja, ach, wir hängen jetzt zu sein, ich bin von der Neukampe, Alter. Ja, wir wollen so eine neue Karte, Alter. Okay, warte. Das ist eine Hubschrauber, also wir sehen uns wahrscheinlich. Ich rutsche, ich rutsche. Ich geb' Gas nach vorne. Oh, Mann, Alter. Nein, 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 nein. Oh, oh, wir sind ein Klimanwasser. Ach, jetzt wurde der Hubschrauber. Ach, hab' ich. Ja, ich habe den Hubschrauber, ich hab' den Götzeln eben. Der ist ein Klimanwasser. Ich hab' den Land bedenommen. Das ist eine Wunderschrauber. Ja, ich hab' den Götzeln eben. Der ist jetzt mit dem Götzeln. Der hat eine Hubschrauber in den Götzeln. Ja, auch nicht,ater, aber ich hab' den Götzeln. Ne, das sind nicht ganz normalerweise. Ne, das sind ja nicht nur die Hubschrauber, oder? Das ist nur die Hubschrauber, schießen wir den runter einfach. Ja, das geht da. Ja, das geht auch. Alter, diese Karte ist doch... Ich kenne die Karten, Alter. Sieht voll aus wie ein Ente, oder? Soll ich auch raus? Was macht ihr mit mir? Ach, Alter, die sind hier mit der Karte. Junge, wir gehen da selber abhängen. Ja, mach mal einfach das. Oh, nein! Ja, das war nicht grad mein Plan. Tick, krass, Alter. Und steig ausgelaufen. Ich fahre. Oh, ja, hier sind Felsenscheiße. Oh, hier sind Menschen, hallo? Renn, renn, renn. Wen willst du hier eigentlich ficken? Sturz ab. Siehste, haben wir nicht drauf. Vier Sterne, jetzt können wir erstmal hier chillen. Ach, das sind ja zwei! Der Kaum. Lustig, wie das denn da ist. Ja, aber vier Sterne, jungen sind ja die meistgesuchten Verbrecher. Ich hab drei. Ich hab vier. Oh, ich bin runtergefahren. Nein, ich hab... Ja, dann hab ich auch wieder Sterne. Ja, ich fahre mit meiner eigenen Karre. Steig. Ja! Ich hab die arme Urlaubskarre hier. Ich hab die geil in die. Hilfe, Polizei, äh, äh, Mobb. Jungen, die Karrester voll. Jungen, die Karrester voll. Ich bin jetzt auf, das ist einfach gerade wahr. Ich hab... Ob ich den gespawnt, der mitten in den Felsen, leider. Wir haben es jetzt geschafft, da loszuwerden. Äh... Na, wenn man bitte verrätzt. Ein neues Auto. Ein schönes Auto haben wir. Fahr nicht diesen Mann. In den Bind, ich hab's zu verabreden. Der ist jetzt los. Ich hab's jetzt gezogen, Alter. Ja, nochmal... Nochmal umgefahren, dann geht's wieder los. Ja, Fahr nicht hier los. Ja, Fahr. Ich hab' die... Ich, ich hab' mich vollkommen nicht vergessen, erzählen. Was passiert ist? Ich muss jetzt mal hinten rein. Weißer in unserem Auto. Weiter. Fahr aber runter. Wangen wir einfach mal schneller. Ja, rüber, verloh. Ja, rüber, los. Das war doch der, oder? Nee, ich kann rein, oder? Warte. Ja. Wir haben mir die... Oh, ja, perfekt, Alter. Ich geh mal rein. Moinsen. Gib mir deine ganze Kohle. Nee, doch, den haben wir schon. Die haben wir schon. 100 Prozent. Er gibt mir aber sein Geld. Hä? Die sind Menschen. 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 Die haben mich getroffen, Alter. So, get the hell out of here. Der Typ ist Security, ne? Dem Vorfuhr. Ja. Oh. Fahr. Ich geh mal in den nächsten Laden. Fahr in die Berge einfach. Wir haben... Und tun nötige Frau. Jetzt müssen wir so einen Zug umgehen. Müsst du uns raufsetzen? Ja, das war's, komm. Ja, das war's mit dem ersten Teil. Und die Fortsetzung folgt, wie es dasteht. Und ich hoffe, euch gefällt genauso der zweite Teil wie der erste Teil. Und reingehauen. Wir wissen nicht so viele Minuten,chen peut es denn so gerne. Fitzgerald haben das Ganze nicht Divisione genommen. ? Was hat das genug gesagt? Wir sehen uns nicht. Verhigh butik. Ihr sektorállfahren. Bis zum nächsten Mal.